Beides werde ich in den nächsten Minuten hoffentlich nicht tun. Ich begrüße Finanzminister Blümelmech jetzt live in unserem Interviewstudio. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Wolf. Vielen Dank für die Einladung. Herr Finanzminister, am 3. März hat Ihnen das Verfassungsgericht angeordnet, binnen zwei Wochen die fehlenden Akten ans Parlament zu liefern. Zwei Monate später hatten Sie noch immer nicht geliefert. Sie wurden als Minister auf die Verfassung vereidigt. Warum haben Sie sich erst dann daran gehalten, als Ihnen der Bundespräsident mit dem Exekutor gedroht hat? Ich bin ein überzeugter Demokrat und Patriot. Ich bin auf die österreichische Bundesverfassung angelobt und bin ihr und den Institutionen zutiefst verpflichtet. Wenn hier in den vergangenen Tagen ein anderer Eindruck entstanden sein sollte, dann tut mir das wirklich leid und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Worum es mir gegangen ist, ist, dass der Beweismittelantrag so allgemein definiert war, dass auch viele persönliche und Krankenstandsdaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanzministeriums geliefert hätten werden müssen und genauso auch Geschäftsgeheimnisse Dritter. Und deswegen habe ich es auch meine Pflicht empfunden, als Ressortleiter, diese Rechte nach Möglichkeiten des Rechtsstaates entsprechend zu schützen, nicht mehr und nicht weniger. Aber das haben Sie nicht nach Möglichkeit des Rechtsstaates getan. Der Rechtsstaat sagt nämlich ganz eindeutig, dass der Verfassungsgerichtshof dafür zuständig ist, die Verfassung und diese Bestimmungen rund um den U-Ausschuss auszulegen. Der Verfassungsgerichtshof hat Ihnen angeordnet, diese Daten zu liefern. Sie haben sie nicht geliefert. Das ist so nicht ganz richtig, denn ich habe gleich nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts, so wie es auch den Anwalt der Republik, Wolfgang P. schon ersucht, ein Vermittlungsverfahren gemeinsam mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss zu beginnen. Aber das war nicht die Anordnung des Verfassungsgerichts. Herr Finanzminister, entschuldigen Sie, aber das war nicht das, was Ihnen der Verfassungsgerichtshof angeordnet hat. Er hat nicht gesagt, Sie sollen vermitteln mit dem U-Ausschuss, sondern Sie sollen die Akten liefern. Um auch das Erkenntnis entsprechend umsetzen zu können. Warum? Es war noch nie der Fall in der Geschichte der Zweiten Republik, dass ganze E-Mail-Postfächer unabhängig vom Inhalt angefordert werden. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass da auch viele Daten drinnen sind, die überhaupt nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben. Im gegenständlichen Fall zum Beispiel geht es da um das Postfach von einer leitenden Angestellten im Personalbereich, wo viele Krankmeldungen, Krankenstandsdaten oder auch Geschäftsgeheimnisse dritt damit umfasst sind. Und ich war vor kurzem wieder im Untersuchungsausschuss zu Gast. Und da war es die SPÖ-Fraktion, die den Verfahrensrichter gefragt hat, ob er der Justizminister einen Amtsmissbrauch vorwirft, wenn er sagt, dass hier Daten geliefert worden sind, die nicht dem Untersuchungsgegenstand entsprechen. Bitte also um Verständnis, dass ich hier sehr sensibel vorgegangen bin, um alle Rechte einzuhalten und zu wahren. Gut, das sehen jetzt viele Experten anders. Noch nie war ein Regierungsmitglied mit einem Exekutionsauftrag des Verfassungsgerichts konfrontiert. Und Manfred Matzka zum Beispiel, Sozialdemokrat, aber doch viele Jahre Präsidialchef im Kanzleramt und sowas wie der höchste Beamte der Republik und völlig unzweifelhaft ein Spitzenjurist, schreibt im Standard, sie haben die Verfassung gebrochen. Und das sei, abgesehen von einer kriminellen Straftat, der schwerste Verstoß gegen die Rechtsordnung, dessen sich ein Minister schuldig machen kann. Ja, ich sehe das natürlich nicht so. Wir haben gute rechtliche Argumente gehabt. Auch im Standard legt der Anwalt der Republik auch im morgigen Interview die Begründung dafür dar. Und auch, dass er in meinem Auftrag versucht hat zu vermitteln und das Erkenntnis umzusetzen. Aber Herr Blümel, das haben Sie schon gesagt, Sie hatten offenbar keine guten rechtlichen Argumente, weil das Verfassungsgericht hat gesagt, Sie haben das zu liefern. Und die Begründungen, warum Sie einzelne Mails nicht liefern sollen, die hätten Sie vor dem 3. März abliefern müssen, haben Sie aber nicht. Nun, im Nachhinein, das stimmt, ist man immer klüger. Aber wenn es zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik einen präzedenzlosen Anforderungsfall gibt, wo klar ist, dass hier auch Dinge umfasst sind, die nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben, dann ist es, glaube ich, auch geboten, dass hier die Möglichkeiten des Rechtsstaates genutzt werden, um Klarheit zu schaffen. Das hat der Verfassungsgerichtshof getan. Und deswegen sind die Akten geliefert worden. Aber Sie liefern nicht rechtzeitig, wenn Sie erst liefern, wenn der Exekutor vor der Tür steht. Also wenn Sie nach mehrfacher Aufforderung eine Rechnung privat nicht bezahlen und erst wenn der Exekutor anklopft, geben Sie ihm das Geld in die Hand, wird niemand sagen, Sie haben rechtzeitig gezahlt. Vielleicht um den chronologischen Ablauf nochmals für die Zuseherinnen und Zuseher darzulegen. Am 3. März ist das Erkenntnis gekommen. Anschließend hat der Anwalt der Republik versucht, zu vermitteln. Dann hat es eine Aufforderung an den VfGH gegeben, von dem Untersuchungsausschuss die Exekution durchzuführen. Und danach hat der Verfassungsgerichtshof das Finanzministerium eine Gegenäußerung ersucht, das heißt, die Argumente nochmals darzulegen. Das heißt, das war ein legitimer Vorgang. Der Verfassungsgerichtshof hat diesen Argumenten nicht stattgegeben. Damit ist alle Klarheit da. Und deswegen sind die Akten geliefert worden. Im Übrigen, Herr Wolf, geht es hier nicht um meine Daten. Ich war damals gar nicht im Finanzministerium tätig. Da geht es um die Daten von hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo Rechtsklarheit hergestellt werden musste. Was der Untersuchungsausschuss darin sucht, sind natürlich Nachweise über möglicherweise fragwürdige Vorgänge während der schwarz-blauen Koalition, in der sie Koalitionskoordinator waren. Jetzt Tatsache ist, die haben eine glasklare Anordnung des Verfassungsgerichts nicht befolgt als erstes Regierungsmitglied der Zweiten Republik. Und der Einzige, der das bisher versucht hat, das war Jörg Haider mit den Kärntner Ortstafeln, damals auch zur großen Empörung ihrer Partei. Und auch Haider hat das Gericht damals öffentlich verhöhnt, visiert es offensichtlich mit der Lieferung von 200 Ordnern mit 65.000 beidseitig bedruckten Seiten. Und Sie wissen natürlich, dass nicht alle 8.000 Mails, die auf diesen 65.000 Seiten stehen, unter die zweithöchste Geheimhaltungsstufe fallen. Warum tun Sie das? Also nochmals, ich habe schon gesagt, es tut mir leid, wenn hier ein falscher Eindruck entstanden ist. Aber das Ziel ist es natürlich, dass hier die vielen Krankenstandsdaten, die gesundheitsrelevanten Themen von einzelnen Mitarbeitern, dass die natürlich entsprechend schutzwürdig sind. Aber die müssen Sie nicht liefern. Die hätten Sie nie liefern müssen. Doch. Nein, Sie hätten nur begründen müssen, warum Sie sie nicht liefern. Das haben Sie nicht gemacht. Herr Wolf, das Erkenntnis sagt klar, dass das gesamte Postfach zu liefern ist. Weil Sie vorher nicht begründet haben, warum Sie nicht alles liefern. In diesem Postfach sind eben auch diese Daten drinnen. Weil Sie vor dem 3. März nicht begründet haben, warum Sie einzelne Mails nicht liefern. Ich habe daraufhin den Anwalt der Republik ersucht, gemeinsam mit den Untersuchungsausschussfraktionen einen Weg zu finden, wie das schnell und elektronisch geliefert werden kann. Dieses Angebot gilt übrigens nach wie vor. Ich habe den Präsidenten des Parlaments ersucht, auch die Fraktionsführer zusammenzurufen und das Angebot zu erneuern, dass auch hier die Geheimhaltungsstufen abgestuft werden können, nach Durchsicht, ob es sich um relevante und sensible Daten handelt oder nicht. Es werden nicht in allen 8.000 Mails Krankenstandsdaten drinstehen. Warum haben Sie alle 8.000 Mails unter die zweithöchste Geheimhaltungsstufe gesetzt und auf Papier ausgeliefert? Wir haben natürlich gehofft, dass der VfGH unseren Argumenten, die auch seitens der Finanzprokuratur vorgebracht worden sind, entspricht. Das ist nicht der Fall. Und um dann möglichst rasch auch das Erkenntnis umzusetzen, haben wir die Akten vollständig sofort geliefert. Aber um sicherzustellen, dass eben diese sensiblen Daten auch entsprechend gewürdigt werden, haben wir alles in derselben Kategorisierung hinübergeliefert. Aber es besteht nach wie vor das Angebot, diese durchzusehen und zum Teil herunterzustufen, wo das eben relevant ist. Darüber hinaus, Herr Wolf, hat das Finanzministerium schon vor diesem Beweis mit Landforderungen über 100.000 Seiten ans Parlament geliefert, 20.000 elektronische Daten, die alle dem Untersuchungsgegenstand auch entsprochen haben. Hier hat Klarheit bestanden. Das wäre in der letzten Beweismittelanforderung nicht der Fall. Aber die Strategie, warum Sie das so liefern, scheint doch ziemlich offensichtlich. Damit der U-Ausschuss in den knappen zwei Monaten, die er noch tagt, die Mails einfach nicht mehr durchsuchen kann, weil das nicht geht bei 65.000 Seiten, die beidseitig bedruckt sind und die Geheimhaltungsstufe, damit im U-Ausschuss nicht öffentlich aus diesen Mails zitiert werden kann. Das ist ein falscher Eindruck. Im Übrigen hat es ja auch bei anderen Ministerien Erkenntnisse des VfGHs gebraucht, um die Lieferungen durchzuführen. Zum Beispiel bei der Justizministerin, wo auch die nicht veröffentlichten Teile des Ibiza-Videos herausgegeben worden sind. Das hat keinen Exekutionsantrag gebraucht, Herr Minister. Das stimmt, auf Basis einer neuen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Und die sind sogar auf Stufe 4 geliefert worden, Herr Wolf. Und ja, sehr, sehr gerne jederzeit bereit, hier weiter zusammenzuarbeiten, um auch diese Geheimhaltung herunterzustufen, dort was möglich ist, damit das elektronisch geliefert werden kann, damit der Untersuchungsantrag auch schneller abgewickelt werden kann. Jederzeit bereit. Aber man hat trotzdem den Eindruck, dass Ihre Partei nicht besonders konstruktiv mit dem Ausschuss zusammenarbeitet. Und das ist ja auch kein Wunder, Ihre Ministerkollegin Köstinger hat den U-Ausschuss gestern als politische Löwingerbühne verspottet und Ihr Fraktionsführer im U-Ausschuss, der Abgeordnete Hanger, spricht von Steuergeldverschwendung. Und jetzt will die ÖVP sogar die Wahrheitspflicht im U-Ausschuss abschaffen. Wie ernst nehmen Sie es eigentlich mit der Kontrollfunktion des Parlaments? Naja, Herr Wolf, das sehe ich natürlich ganz anders. Ich darf Ihnen meine Erfahrungen aus den Einladungen in den Untersuchungsausschuss schildern. Nachdem ich beim ersten Mal zu Gast war, hat unmittelbar danach die unabhängige Verfahrensrichterin das Handtuch geworfen, weil sie von der Fraktionschefin Deneos Wüst beschimpft worden ist. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es allen Abgeordneten dort nur um Aufklärung, sondern in vielen Bereichen um Skandalisierung geht. Beim zweiten Mal, als ich zu Gast war, hat der Verfahrensrichter viele Fragen gar nicht zugelassen, vor allem auch der SPÖ, weil sie sich nicht auf den Untersuchungsgegenstand bezogen haben. Ich glaube, hier wird auch viel politisches Kleingeld gewaschen. Vielen geht es um Skandalisierung. Dort, wo es um Aufklärung geht, wir sind immer gerne bereit, hier mitzuhelfen. Halten Sie den U-Ausschuss auch für eine politische Löwinger Bühne, so wie Ministerin Köstinger? Ich würde diese Formulierung so nicht verwenden, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht. Wollen Sie auch die Wahrheitspflicht im Ausschuss abschaffen? Ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Offensichtlich schon. Frau Minister Köstinger hat das gestern in der Pressestunde wieder bekräftigt. Ich müsste mir diesen Vorschlag genau ansehen, aber ich glaube, ein Faktum ist, dass es manchen Abgeordneten hier nicht ausschließlich um Aufklärung geht. Wenn zum Beispiel sensible Daten von einzelnen Personen an die Öffentlichkeit gespielt werden, dann entspricht das auch nicht dem Grundauftrag des Untersuchungsausschusses. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wirklich rechtlich geklärt ist, wie er mit den Daten umgegangen wird. Und also die ÖVP will die Wahrheitspflicht im U-Ausschuss nicht abschaffen? Dazu bei Stellung genommen, ich kenne diesen Vorschlag nicht im Detail. Aber Sie wollen auch keinen anderen Vorschlag, die Wahrheitspflicht abzuschaffen, dem näher treten? Der Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges Kontrollgremium, dass aus solches auch genutzt werden soll. Das ist absolut in Ordnung. Ich habe ja von Beginn an im Finanzministerium den Auftrag zur vollen Kooperation mit dem Untersuchungsausschuss gegeben. Aber wichtig ist, dass hier auch Daten geliefert werden, die in Zusammenhang mit dem Gegenstand sind und die nicht die persönlichen Rekte Dritter betreffen. Sie weichen mir aus. Ich frage nochmal ganz konkret. Soll die Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen im U-Ausschuss abgeschafft werden? Ich kenne keinen derartigen Vorschlag im Detail, Herr Wolf. Der U-Ausschuss endet am 15. Juli, wenn nicht einer der beiden Regierungsparteien einer Verlängerung zustimmt. Die Opposition möchte ihn verlängern. Sind Sie dafür? Das ist eine Sache der Fraktionen im Parlament. Das ist eine Sache der Legislative und nicht der Exekutive. Sie sind Koalitionskoordinator der ÖVP. Sie haben eine Meinung. Soll ich den U-Ausschuss verlängern? Meine Meinung ist, dass die Fraktionen im Parlament, auch die Grüne und die ÖVP-Fraktion, miteinander sicherlich professionell handhaben werden. Sigrid Maurer und Gust Wöginger haben ein sehr, sehr gutes und professionelles Arbeitsverhältnis. Würden die Grünen für eine Verlängerung stimmen? Würde das das Koalitionsabkommen verletzen? Das selbe Antwort. Das ist eine Sache, die im Parlament zu klären ist. Die Zusammenarbeit mit den Grünen ist sehr, sehr professionell. Wir haben im letzten Jahr wirklich viel weitergebracht in der Bekämpfung der Corona-Krise. Es gibt da und dort natürlich Meinungsverschiedenheiten, das ist klar. Aber insgesamt ist das Koalitionsklima ein gutes. Sie sind der erste amtierende Finanzminister, bei dem es eine Hausdurchsuchung gab, weil gegen ihn ermittelt wird. Sie sind der erste, gegen den das Verfassungsgericht eine Exekution beim Bundespräsidenten beantragt hat. Sie sind der erste Finanzminister, gegen den die gesamte Opposition gemeinsam eine Ministeranklage einbringt. Und Sie genießen in allen aktuellen Umfragen von allen Regierungsmitgliedern das geringste Vertrauen. Ministerin Aschbacher musste wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit zurücktreten. Warum bleiben Sie weiterhin im Amt? Weil ich überzeugt davon bin, dass wir gute Arbeit leisten und dass auch ich einen wesentlichen Beitrag im letzten Jahr dazu geleistet habe, dass Österreich besser durch die Corona-Krise kommt. Und die Themen, die Sie aufgeworfen haben, glauben Sie mir, die sind mir wirklich sehr, sehr unangenehm. In vielen Bereichen glaube ich auch nicht, dass sie der Sache entsprechen. Aber das ist wohl Teil der Politik, dass man auch Kritik aushalten muss. Ich kann mich erinnern, vor der Wien-Wahl haben Sie mich auch interviewt und gefragt, ob jemand, der so in der Kritik steht, ein guter Spitzenkandidat ist. Und ich darf Sie nennen, wir haben das beste Ergebnis der ÖVP Wien seit über 30 Jahren eingefahren. Also ich glaube, hier können die Menschen in Österreich auch gut differenzieren. Dann möchte ich Ihnen nur kurz was vorlesen. Integrität ist ein zentraler Wert. Sie bedeutet nicht nur die korrekte Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, sondern ein allgemeines Verhalten, das der Vorbildfunktion gerecht wird. Das steht im Verhaltenskodex für ÖVP-Funktionäre. Finden Sie, dass Ihr Verhalten als Minister vorbildlich ist? Das nehme ich für mich in Anspruch. Tatsächlich? Absolut. Falls ein anderer Eindruck entstanden sein sollte, dann tut mir das natürlich leid. Über 80 Erinnerungslücken im U-Ausschuss, dutzende Entschlagungen im zweiten U-Ausschuss. Während der Hausdurchsuchung geht Ihr Laptop mit Ihrer Frau spazieren. Jetzt die Geschichte mit dem Verfassungsgerichtshof. Das ist wirklich vorbildlich? Herr Wolf, bei allem Respekt. Aber diese Themen zum Beispiel sind auch unter Umständen falsch dargestellt, auch von dem Beitrag zuvor. Aber ja, es hat viel Kritik gegeben und das muss man wohl aushalten. Wir arbeiten sehr professionell und gut in dieser Regierung zusammen und ich tue mein Bestes im Sinne der Menschen in Österreich. Letzte Frage noch. Was passiert, sollte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Sie erheben? Wollen Sie dann zurücktreten? Das wird nicht passieren, weil ich weiß, dass die im Raum stehenden Vorwürfe falsch sind und sich in Luft auflösen werden. Sollte es doch passieren? Das wird nicht passieren. Sollte es doch passieren, was machen Sie dann? Kann ein Minister, ich frage Sie allgemein, kann ein Minister gegen den Anklage erhoben wird im Amt bleiben? Herr Wolf, ich verstehe, dass Sie diese Frage stellen, aber gestehen Sie mir zu, dass ich weiß, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist und deswegen wird das nicht passieren. Aber ganz allgemein, sollte gegen ein anderes Regierungsmitglied Anklage erhoben werden, kann ein Minister gegen den Anklage erhoben wird im Amt bleiben, Ihrer Meinung nach? Nochmals, die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind falsch. Ich habe dazu Stellung genommen. Ich habe auch meinen Beitrag zur Aufklärung geleistet. Ich bin jederzeit bereit, hier weiter mitzuarbeiten, damit sich diese Vorwürfe möglichst schnell in Luft auflösen. Aber warum wollen Sie sich da nicht festlegen bei dieser Frage? Also bis jetzt galt das als Kommensens in Österreich, dass bei Anklagen wird zurückgetreten? Weil ich weiß, dass das nicht passieren wird, Herr Wolf. Die Vorwürfe sind falsch. Ich weiß ja nach Recherchen, dass das auf diese Art und Weise nicht stattgefunden hat und das wird sich auch herausstellen. Herr Finanzminister, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Wolf. Und an dieser Stelle müssen wir uns heute schon von allen verabschieden, die via Dreiser zugeschaut haben. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien.